She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Mit Daddy Cool geht es für Boni M. in den 70ern immer weiter aufwärts, bis das Lied weltweit an der Spitze der Charts steht. Auch für den Produzenten Frank Farian ist es der Start einer Erfolgskarriere, die jahrzehntelang andauern sollte. Bis zuletzt hat Frank Farian an neuen Projekten gearbeitet. Solange ich mich so stark fühle und kann jeden Tag im Studio arbeiten, ist das für mich ein wunderschöner Tag. Frank Farian wächst im Saarland auf. Er arbeitet als Koch, lernt aber bald, welche Zutaten ein Hit braucht. Mit seiner Gruppe Franky Farian und die Schatten veröffentlicht er seine ersten Lieder. Ende der 60er tritt er als Schlagersänger auf. Bald zieht es ihn aus dem Rampenlicht an die Regler der Tonstudios. Die Hits von Boni M. entstehen in seinem ersten Studio im Kreis Offenbach. Die Nachbarn freut es. Klar hat man da schon mal hinter der Kabine geguckt. Ist doch klar, wenn dieses riesige Auto ankam. Ja, es hat sich schon so manches auf dem Balkon abgespielt, aber darüber spricht man nicht. Wir sind hier auch noch hier hingezogen und haben hier noch ein bisschen geprobt. Das ist natürlich klar. Später produziert er auch in Rossbach in der Wetterau. Mit Milli Vanilli gelingt ihm in den 80ern erneut ein weltweiter Aufstieg. Dann kommt der tiefe Fall. Dass Milli Vanilli nur vorgegeben haben, selbst zu singen, greift zuletzt sogar das Kino auf. Es ist einer der größten Skandale in der Musikbranche. Ja, das war halt ein musikalisches Projekt im Studio. Und das haben wir aus der Lameng rausgemacht. Und das hat sich so halt entwickelt. Und da kamen die zwei Jungs abends rein. Das war wirklich Zufall. Die sagten, wahnsinnige Musik, lass uns dazu ein Tanzvideo machen. Der Skandal bedeutet für Frank Faria nicht das Ende seiner Karriere. Mit seinen Künstlern verkauft er weltweit rund 800 Millionen Tonträger. Und auch die junge Generation hat seine Lieder entdeckt und tanzt wie hier auf TikTok zu Rasputin. Es ist mir alles gelungen. Ich habe keine Träume mehr. Das Einzige, was mir wirklich wichtig ist, ganz, ganz wichtig, ist die Gesundheit. Vor zwei Jahren wurde Frank Farian am Herzen operiert. Heute teilt seine Familie mit, dass er im Alter von 82 Jahren in Miami gestorben ist. Das Einzige, was mir wirklich wichtig ist,